Einen wunderschönen guten Tag, ich zeig dir alle meine YouTube-Kanäle, die ich habe. Das ist mein Haupt-YouTube-Kanal, PS4-Socken, mit Google-Laugen weg. Da kommt von Rüchtenkeil Gaming-Content, also ich geh live, socke mit euch und Gaming-Videos lage ich hoch. Valka Giersk mit meinen anderen YouTube-Kanälen, das ist mein Haupt-YouTube-Kanal, Valka Giersk. Jo, auf diesem YouTube-Kanal hier kommen Geistgleichsisten auf vaga Begebenheit. Valka Giersk ist auch wieder los, bis jetzt habe ich die Paule gemacht, Valka Giersk aber wieder los mit Geistgleichsisten auf vaga Begebenheit. Valka Giersk ist wieder los, liebe Freunde, abonniert gar nicht den Kanal, Valka Giersk ist wieder los, Valka Giersk waren noch nicht alle Kanäle. Valka Giersk mit den nächsten YouTube-Kanälen. Valka Giersk ist wieder los, bis jetzt ist mein Fortnite-Geistgleichsisten-YouTube-Kanal. Und ja, momentan kommen da keine Fortnite-Geistgleichsisten, weil ich da momentan keine Shike für habe, aber ich lag an der Video auf dem Kanal hoch. Also ich lag da Video hoch momentan, aber an der Video-Hike. Fortnite-Geistgleichs momentan nicht, weil ich da keine Shike für habe. So, Valka Giersk waren noch nicht alle YouTube-Kanäle, Valka Giersk mit den nächsten YouTube-Kanälen. So, denn hier mein TikTok-YouTube-Kanal, da lag ich TikTok-Videos hoch. Da lag ich TikTok-Videos hoch, wo ich auf reagiere, auf andere Tickcocker oder allgemein TikTok-Videos lag ich da hoch. Also wenn ihr wollt, könnt ihr ihn auch abonnieren und ja, das waren alle meine YouTube-Kanäle. Wollen mich folgen, wenn ihr alle abonnieren könnt. Und ja, bis dahin, ciao.